Jo Leute, hier ist Max, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es richtig lustig. Und bleibt dran, ich würde sagen, heute geht es darum. Ich werde immer wieder gefragt, wann den Chrissy hier zu mir einzieht, ob Chrissy zu mir einzieht, hier oben in die Wohnung, weil hier ist ja noch ziemlich viel Platz für mich alleine. Und ihr müsst dazu wissen, Chrissy wohnt quasi schon halb hier, weil wir einen Tag hier sind, einen Tag bei Chrissy, einen Tag hier bei Chrissy und so weiter. Übrigens bin ich auf dieses Video heftig gespannt. Allerdings muss ich erstmal nach oben gehen, denn hier gibt es dann noch eine wichtige Sache, die ich brauche. Und zwar brauche ich einen Koffer. Übrigens ist es hier oben mittlerweile auf dem Teppich dreht. Wahrscheinlich das Teppich, oder? Bei Chrissy kommt bald ein Video, wie sich das Zimmer quasi von vorne bis hinten verändert hat, komplett, also wie es fertig gemacht wurde. Und ich habe hier oben eigentlich irgendwo einen Koffer gehabt. Ey, wo muss mein Koffer hin? Vielleicht soll ich mal erstmal das Zimmer durchsuchen, bevor man sich den Koffer irgendwo hinten raus sucht. Auf jeden Fall, den werde ich brauchen. Hoffentlich ist der leer, Leute. Wir werden jetzt hier live reinschauen, ob hier irgendwas in dem Koffer noch drin ist. Let's go, Leute. Puh, zum Glück der ist leer und das wird gefüllt gleich. Da geht es heute darum, dass ich Chrissy einfach mal richtig überraschen werde, damit, dass ich quasi für sie, also dass ich ihr das Ausziehen quasi erleichtere. Mit dem Koffer werde ich mich voll machen und quasi Chrissy so mehr oder weniger mit hierher ziehen quasi, dass sie hier einzieht. Es kann einfach nur lustig werden, Leute. Aber ich würde sagen, ich muss irgendwie zu Chrissy kommen und ich hoffe, Mama fährt mich. Aber vorher werde ich mal ganz kurz die Reaktion von Mama, Papa und Ash abchecken. Ich muss euch was sagen. Chrissy zieht heute hier ein. Papa? Papa? Chrissy zieht heute ein. Cool, endlich. Und Ash ist irgendwie gar nicht da. Was? Der Koffer hier? Ja. Da kommen kriege ich die Sachen rein. Der rechten weiß. Nein, also die wichtigsten Sachen. Hast du noch einen zweiten Koffer? Schade. Vielleicht Koffer. Nein, sie weiß davon ja nichts. Also ich werde ihr sagen, ihr müsst die Augen zumachen. Ein paar Sachen rein und dann fahren wir hierher. Und dann bleibt sie hier. Ja, die anderen Sachen kann sie irgendwann mal nachholen oder so. Also sie weiß nichts davon. Ich bin gespannt, wie sie nachher gehen wird, wenn wir denn wieder hier sind. Mama ist so nett und fährt mich kurz zu Chrissy, oder? Ich habe Chrissy gesagt, dass ich was aufnehme. Alex habe ich nicht gesagt, was? Ich weiß, ich will gar nicht wissen. Und wir müssen die Klamotten da rein kriegen. Ja, ich sage, dass die Augen zumachen sollen. Dann räumen wir den Schrank leer. Ich habe ein bisschen Angst vor der Reaktion tatsächlich, aber das wird geil. Wird Schluss, die geht's? Ich denke nicht. Jo. Augen zu. Jawohl. Mach deine Augen zu. Nichts. Augen zu. Und Augen zu lassen, bitte. Ja. Mach die Ohren, aber jetzt auch noch zu. Was? Ohren zu. Echt? Ja, mach mal. Alex hatte ich schon. Was? Nichts. Nein. Warte. Nein. Nein, darfst du nicht. Auch nicht hören. Okay? Nein. Nichts, bitte. Wir wollen gleich nämlich kurz zu mir fahren, ne? Was? Wir wollen gleich kurz zu mir. Augen zu. Du kannst dich wegdrehen, bitte. Ich habe Angst, dass du guckst. Leg dich einfach auf den Bauch. Guck nach unten, mach deine Ohren zu. Warum Ohren zu? Weil du deine Ohren zu machen sollst. Aber du redest mit mir. Nein. Wenn du auch keine Angst haben. Wirklich? Ja, wirklich. Du hörst du? Ich werde jetzt mit der Kamera reden. Warte, ich darf auch du mal Augen zu? Ja. Nein. Danke. Ich hoffe, Chrissi schafft das. Einfach deine Augen zulassen. Du weh? Nein. Ich dachte, es wäre einfacher. Ey. Ich habe Schiss, dass sie mir hier guckt. Oder, also, oh no joke. Also. Ach du, guck mir mal. Guck mal, so ein Pudi können wir mitnehmen. Wird einfach nicht gucken. So, ein paar Hosen raus. Nehmen wir den Jeans auch nochmal mit, würde ich sagen. Mega nice. Also, ich glaube, ich habe eine Waschmaschine. Also, das passt doch alles. Let's go. Was? Ich rede nicht mit dir. Okay. Mach deine Ohren zu, Fräulein. Was war das? Nicht? Das sieht auch gut aus. Ich rede immer noch nicht mit dir. Hey. Alles gut, bleib da bitte so wie du bist. Wie lange noch? Falls es, weiß ich nicht. Wenn du noch mehr, wenn du noch mehr redest, wahrscheinlich noch länger. Deo. Wie geht die beiden zuerst bei? Ach, du wirst nicht überfallen. Alles gut. Du fährst auch nachher zu mir, ne? Ja. Da hast du deine Tasche schon gepackt? Was fehlt da noch? Ein Oberteil. Ein Oberteil. Das kann ich dir einpacken, okay? Warum? Nur so. Einfach, also okay? Du bist wieder nach direkt los oder nicht? Wir fahren gleich direkt los, ja. Dann springst du mein Haus oder was? Ich spreng dein Haus nicht, nein. Du bist selber ein Oberteil. Nein, alles gut. Brauchst du keinem einpacken. Sag mir, wer ich dich einpacken soll. Weiß ich nicht. Irgendeins. Darf ich auch suchen für dich? Nein. Warum? Ey, dein Schrank ist viel zu voll, meine Güte. Brauchst du sonst noch irgendwas? So, Leute, ich würde sagen, tatsächlich, das sollte erst mal genügen. Der ist auf jeden Fall gut gefüllt. Ich würde sagen. Na, was denn? Mein trocken Schrank. Dein Trocken, wo finde ich das? Habe ich, glaube ich, sonst alles dabei? Ja? Alles klar, wird schon alles sein. Also, ich denke, du hast genug. Ich bin fertig, darf ich den Autos haben und schon mal das Auto gehen? Ja, warum? Nur so, nur eine Frage, darf ich? Du hast nicht mehr Angst. Nein, ich mache dir keine Angst. Ich habe echt Angst. Brauchst du nicht. Darf ich aufstehen? Auf, warte, ich begleite dich. Nimm mal eine Hand. Augen zulassen. Verbrochen. Stinkbombe oder was? Nein. Genau, da gehst du kurz raus. Ich warte, bleib stehen. Deine Tasche. Vorsicht, Wand. So, jetzt darfst du deine Augen öffnen. Ich schiebe das hier zu. Kann es aufmachen. So, du gehst jetzt in, äh, weiß ich nicht, weg erstmal kurz. Ich möchte kurz in dein Auto. Ich gehe jetzt ins Auto. Du kannst einfach nach einer Minute nachkommen, okay? Warum? Du komm einfach nach einer Minute, okay? Du machst mich wirklich. So, bis in einer Minute. Du sitzt schon mal im Auto, bis hierhin habe ich es geschafft. Ich hauste nicht dabei. Ey, jetzt ist es offiziell, Chrissy mag mich nicht mehr. Allerdings, das, das Größe wartet noch auf dich. Die Auflösung kommt gleich noch. Warum darf ich nicht in meinen Schrank gucken? Das wirst du alles verstehen, versprochen. Nein, ich verstehe es alles nicht. Doch, also Leute, wir fahren jetzt ab zu mir. Wir sind zu Hause. Du gehst, kannst du einfach nach oben gehen. Ich komme gleich, weil ich kaum mal Augen zumachen. Das kannst du ja bestimmt mittlerweile gut. Also gut, Leute. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Chrissy ist auf dem Sofa. Ich würde sagen, ich gehe jetzt rein. Ich sage, Chrissy, ich sage dir Bescheid, wenn du aufmachen darfst, die Augen, okay? Also. Warte. Du kannst die Augen öffnen. Mach auf. Mach auf. Was? Mach auf. Nicht nur die Augen. Auf den Koffer. Vorsicht, vielleicht springt dir irgendwas entgegen gleich. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt gar nicht sagen. Du ziehst aus. Du ziehst zu mir. Ich bin schon umgezogen. Die andere Sache kannst du irgendwann nachholen, aber nicht jetzt. Aber nee. Das ist schon mal der Anfang. Wie bitte? Sollte ich deswegen nochmal dran gucken? Ja, genau. Der wird leer sein bald. Super. Die Zuschauer haben immer gefragt, wann ziehst du endlich ein, Chrissy? Wann ziehst du ein? Und jetzt kommen wir zur häufigst gestellten Frage. Habe ich ein Wohnungsschild? Äh, Wohnungsschild? Habe ich ein Wohnungsschlüssel für Max Wohnung? Wohne ich bei Max? Wann ziehen wir zusammen? Sind wir schon zusammengezogen? Wohne ich noch zu Hause? Ich habe so viele Fragen dazu bekommen. Also wirklich, das war die häufigst gestellte Frage. Im Grunde genommen wohnen wir zusammen. Aber halt mal einen Tag bei dir, einen Tag bei mir. Ich meine, wir sind jeden Tag zusammen. Wirklich 24-7. Und jetzt ist es soweit. Du? Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ich da mitnehmen soll. Auf jeden Fall, Chrissy, du bist jetzt gerade so direkt eingezogen. Den Rest kannst du dir irgendwann abholen lassen nochmal irgendwann. Oder du kannst auch selber hinfahren. Ich helfe dir auf jeden Fall. Ich dachte, es kommt mir irgendwas entgegengesprungen, was lebendig ist. Und ich schreie und... Mama und ich haben uns besprochen, ob du dich freuen wirst oder nicht. Mama sagte, du freust dich nicht. Das sieht auf jeden Fall nicht nach Freude aus, oder? Finde ich hierfalls. Ich will noch nicht ausziehen. Nicht? Nein. Und was mache ich jetzt mit den Sachen? Zurückbringen. Nein. Und die Lina freut sich auf mein Zimmer. Ich darf dir das noch nicht gönnen. Du hast... Also... Nicht? Musst du meine Sachen so unordentlich reinwerfen? Ich hatte anscheinend nicht viel Zeit gehabt. Da hat jemand die ganze Zeit gucken wollen. Ich geh doch mal. Ich fahr doch mal wieder nach Hause. Nein, du hast gesagt... Nein. Du kannst auch hierbleiben. Wie soll ich das jetzt immer? Ich gehe nicht. Richtig. Ja, aber... Was soll ich jetzt? Also... Also... Das war jetzt quasi so eine Überraschung, dass ich quasi dich hier... Ich mag dich nicht. Wie soll ich das jetzt hier deuten? Ich fange jetzt einfach wieder zurück in meinen Schrank, okay? Nein. Komm, ich mache mal mit. Hä? Komm, also... Hä? Was mache ich jetzt? Lässt mich ja gerade vollhängen, man. Natürlich ziehe ich gerne ein. Merke ich. Wie soll ich jetzt? Leute, ich glaube... Weiß ich nicht. Du hast mir die Sprache verschlagen. Du bist 17 und ich bin jetzt 18 geworden. Und? Schon fast ein halbes Jahr 18. Nein. Sag mir, warum? Ich bin doch nicht so alt. Ich bin auch gefühlt jeden Tag hier. Ja, du wohnst ja nicht hier. Hast du Sachen hier? Ja. Hast du auch viele Sachen? Nein. Hast du einen Schrank hier? Nein. Willst du hier haben? Ich habe ein paar Sachen hier. Ja, aber guck mal. Das hier sind noch weitere Sachen, die du hier haben willst. Hast du dich überreden? Nein? Quatsch. Ach, Los. Ich hatte voll Angst, die ganze Zeit war ich mich voll verwirrt. Als du gedacht hast, ich soll nicht mal drang gucken, habe ich mal ganz ein Stückchen aufgemacht und ich habe nichts gesehen. Ich glaube, es war absolut grand cool. So, dann würde ich sagen, beende ich das ganze Video, weil irgendwie... Ich bin geschockt. Ja, ich glaube, also... Schreib mal rein. So manche hat noch nie, glaube ich, jemand gefragt, ob man einziehen möchte. Naja, es war ja keine Frage. Ja, eben. Du ziehst hier ein. So, aber ich würde sagen, lass einen Daumen hoch oben, dann vergesst nicht den Kanal, du hast uns aber nicht gesagt, wie wir sagen, wir sind es beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Max und ciao.